Vor 30 Jahren hat die Geburtsstunde von Installationen Kubica in Kirchberg an der Raab geschlagen. Und dieses Jubiläum hat man zum Anlass genommen, um mit der Familie, Mitarbeitern und Partnern zu feiern. Der Installateur-Profi Kubica setzt auf moderne und umweltfreundliche Heizungsanlagen und Alternativenergie. Wir haben begonnen mit einem Ein-Mann-Betrieb und mit einem Mitarbeiter, zwei, drei und so langsam wird, hat sich das gesteigert. Und unser Hauptkundenklientel sind Privatkunden und die versuchen wir sehr gut zu betreuen und bestens zu beraten und unsere beste Werbung ist die Weitervermittlung von Kunden zu Kunden. Werner Resch führte durch das offizielle Programm, bei dem sich Firmeninhaber Bernhard Kubica bei der Familie und den Mitarbeitern bedankte. Und dabei kann der Chef auf ein Stammteam bauen, das seit vielen Jahren mit dabei ist. Selbstverständlich werden aber auch Lehrlinge ausgebildet. Innungsmeister Anton Berger ist stolz auf diesen Familienbetrieb. Es ist eine große Freude und es ist auch ein steirischer Stolz, wenn man ein Unternehmen, so wie das Unternehmen Kubica in seinem Lande hat. Da kommt man natürlich gern, wenn da geladen wird, zum 30-jährigen Jubiläum. Kubica ist ein Instalationsunternehmen, das Lehrlinge ausbildet, das auch für Nachwuchs sorgt, das einfach regional sehr, sehr stark verankert ist, Vereine unterstützt und gerade im Vereinssponsoring sehen die wenigsten, wie wichtig, dass da regionale Unternehmen sind. Für Spannung sorgte dann das Gewinnspiel. Glücksengel Annalina ist die dritte Generation der Familie Kubica. Sie sorgte für strahlende Gesichter bei den Gewinnern der Hauptpreise. Und die können sich sehen lassen. Ein Smartroom-Starterpaket, Twin-Kollektoren für Wärme und Strom und als Hauptpreis eine Brauchwasser-Wärmepumpe. Die Wirtschaft in Kirchberg ist bestens aufgestellt. Die Regionalwirtschaft in Kirchberg lebt und das ist ganz wichtig. Wenn man denkt, dass die Landflucht immer mehr zunimmt, ist es wichtig, dass es die Regionalwirtschaft gibt, die vor Ort Arbeitsplätze, Leersteinplätze und regionale Wertschöpfung schafft. Die Jubiläumsfeier war zugleich auch eine Leistungsschau der Partnerbetriebe von Installation Kubica. So konnte man sich an den Ständen über die aktuelle Technik im Bereich Wasser, Alternativenergie und Wärmeversorgung informieren. Bernhard Kubica sitzt dabei voll auf erneuerbare Energieformen. Wir sind ein Familienbetrieb, haben langjährige, verlässliche Mitarbeiter, sind dadurch sehr flexibel und können sehr gut auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Und darauf sind wir sehr stolz. Beste Beratung und Verlässlichkeit in der Durchführung. Als regionales Unternehmen steht Kubica seit 30 Jahren für höchste Qualität und für die Zukunft ist man bestens gerüstet.